Du musst warten, bis sie sich hinsetzen, Oli. Ey, der hat gerade nicht Flasche geschmissen. Au, au, was war das denn? Ne, das war eine Granate, Alter. Du musst einmal gegenschießen zum Entschärfen, äh, Utax. Ja, okay, dann nehme ich alles mit. Aber das kennst du, glaube ich, auch, oder? Geh mal oben gucken, was oben ist. Jawoll, hast du gut gemacht. Zwei mal daneben geschossen, Alter. Ja, sollen wir zur nächsten Base? Oder was? Oder wie? Oh, der Bullefi. So, ich hab jetzt kein Dynamiten mehr. Hose kaputt. Oh, geil. Ey, du läufst in der Unterhose hier rum. Haha, das sieht doch geil aus. So geht's auch, ne? Ey, ähm, Utax. So hab ich das mit Milven mal früher gemacht. Zerboss, der dicken Base. Zerboss Base. Ja. Aber ich glaube, die haben noch keinen Loot wieder. Och, ich hab grad eben die ganze Kiste da leer gemacht, aber ich hab was drin. Ja, Elo, zieh dir mal ne neue Hose an. Hahaha. Der läuft hier nackig rum. Haha. Noch ein Dead Left irgendwo? Ja. Ja, ich geh mal Schrotzen-Muni wechseln, weil die Slug-Muni, die ist echt scheiß auf Nahkampf, äh, auf Entfernung. Oder ich muss mir den Revolver noch mitnehmen. Haha. Erstmal ein Steak-Grillen hier. Hat sich's denn gelohnt, Utax? Mit dem Loot geht's soweit. Nee, kannst ruhig alles haben. Achso, habt ihr die Base auch platt gemacht, ja? Ja. War deine oder die bei Utax? Das ist Utax Base. Oh. Die Kiste war voll, ne, oder? Utax, die Kiste war doch voll, ne? In dem Loot respawn. Hey, Alter. Wenn man die normalen Pfeile, dann macht der automatisch die Sprengpfeile. Ja. Ja, gut. Geht sich nur danach, dass sich der Loot regeneriert hat, halt, ne? Wenn wir zu schnell hier sind, weißt du, dann ist die Kiste noch leer. Deswegen lohnt sich das sonst nicht. Die Kiste leer? Ja. Ich glaub, wenn ihr da hingeht, Honey, ist die noch leicht leer. Aber müsst ihr mal gucken, klar hat der Glück. Naja, wir haben ja grad die bei Heaven, äh, die Base, die ihr vorhin auch schon gemacht habt. Da war schon wieder voll. Waren die voll, ja? Ja, ja. So, ich muss das nochmal irgendeine Scheiße weg tun. Also jetzt greifen müssten die dich eigentlich angreifen, Utax, ne? Ich hoffe, dass die nicht zu mir jetzt schon wieder kommen. Ich habe das auch noch. Hast du da ne Ausrüstung? Ach, da hinten ist die Base. Ja, die ist schon ein bisschen dicker, ey. Ha! Ja, lassen wir die Quads hier beim Felsen stehen, oder? Die ist riesig, die Base, ne? So, jetzt hab ich die Sniper-Schrottflitze dabei. Ich muss nur gucken gegen die Minen hier, ne? Ja, ich geh mal hier unten, ja, gut hier hinten an die Felsen vielleicht. Jo, die Beute ist schon wieder voll, ne? Ich stehe da hinten schon ein. Soll ich hier mal anschießen? Boah, der hat nen Headshot gekriegt, alter hast du gesehen, auf die Entfernung, alter einschuss! Einschuss, Junge mit der Schrotflinte, ey! Hahaha! Krasser Scheiß! Krasser Scheiß, Junge! Hast du deine Sachen wieder, äh... Level 1 Schrotflinte mit der blauen Patron. Einen Schuss in die Fresse. Haha! Sofort umgefallen! Durch den Helm durch! Äh, hier liegen noch Sachen, hier liegen noch Kisten, Krischo. Hier in der Ecke. Jo, ich glaub der ist tot. Hahaha! Hey, die haben sogar ne Tauchstation hier, guck mal hinter dem Gitter. Kommt man gar nicht ran, oder was? Das ist ja lustig. Hey, du hast zwei Molotow-Cocktails. Kommt man da gar nicht ran. Lustige Base, ne? Geh mal den einen Typen looten, ich guck mal eben ob hier unten Minen liegen. Ich glaub da in dem Busch ist eine drin, oder? Ne. Wie komisch, die bauen hier, ne, oder? Was haben die denn? Da ist noch einer. Die dürfen angegreiert kommen, ich krieg hier Langeweile. Fuck schon die ganze Zeit. Bleiben die denn! Die Base wird schon wieder angegriffen, Wolfi! Welche? Elo, wir gehen raiden und der Olli wird die ganze Zeit angegriffen. Hahaha! Oh, hier brennt alles! Ohhhh! Wulfi! Aua! Das war ja jetzt die Tür öffnen, anstatt er die Tür zu machen! Ja, Wolfi, wie lange ist das schlapp, Alter! Das ist, war Chrissi, die alle wild gemacht hat, die Vieh hier! Ey, das war ein Kopfschuss! Ey, das war ein Kopfschuss! Das war ein Glückstreffer jetzt! Ey, wieso treff ich den denn, ey? Was ist das? Ja, weil der Tick-Tack läuft! Wulfi! Weil der Hagen schlägt! Du musst warten, bis sie sich hinsetzen, Olli! Ey, der hat gerade nicht Flasche geschmissen! Oh, was war das denn? Ne, das war eine Granate, Alter! Habt ihr das gesehen? Ich steck gerade neben der Granate! Ich hab die nicht gesehen, Alter! Ich denke, die hat eine Flasche geworfen, Alter! Die hat aber nicht viel Schaden gemacht, wenn das so Granate war! Ja, die hat doch, die hier! Die hat er hier unter der Base geworfen! Die war Gott sei Dank weit von mir entfernt, ey! Also weit genug! Sonst wäre ich bestimmt hops gegangen! Wieso greife ich die mich denn an, wenn Hanni hier alle wild macht? Verstehe ich, ey! Ihr habt doch auch geredet, ihr zwei! Ey, du sag mal Bescheid, wenn du angegriffen wirst! So komm ich dir helfen! Wir sind vollzählig! Kann losgehen! Ey, ich seh hier doch nicht, was irgendeine Autos soll da! Pass auf die Minen auf! Ich guck doch schon! Brinde müsste noch ein Detlef sein, glaube ich! Ja, warte, ich mach mal ganz einfach hier! Hä, ich hab doch... Oha! Ich hab doch... Oha! Ich hab mich schon hier hoffen, ey! Es sind so geil Dinger, ne! Ist keiner drin? Nein, hier ist keiner drin! Hier ist auch keine Kiste, nix! Okay! Geh mal raus hier, du! Ey! Raus aus der Kiste, da! Die ist leer, ne? Ja, die ist leer! Hier ist die BKE, Hanni! Ja, weiß ich doch! Ich geh da erstmal gucken, hier! So, ich werd jetzt mal ein paar Meter weg gehen, das könnte gleich knallen! So, warte mal, wie geht das jetzt hier? Äh, fünf drücken? Boah, die Tascheln ist leer, ey! Unfassbar! Oh, jetzt komm weg! Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Wir haben einen Bums gemacht! Oh, Alter, das knallt ja noch mal! Geh weg, Mann! Das Haus ist doch noch da, Alter! Wie oft knallt das denn? Ja, bis das ganze Hause in die Luft geflogen ist! Weg, weg! Kanns froh sein, dass du noch lebst! Was knallt da noch? Ich hab gedacht, das knallt nur einmal, Alter! Er läuft da rein, Alter! Ich habe Erfolg gekriegt, so, BKE-Brescher. Wo ist die Kiste? Ich weiß es nicht, ich kann... Ey, da schießt einer auf mich. Oh, pass auf, da ist jemand. Fakt hier, ey. Oh, hinter dir ist auch noch einer. Da ist noch einer, hallo, schieß doch mal da in die Ecke. Ich stehe hier mit vier Leuten, Alter, und keiner ballert auf die. Was ist denn los mit euch? Wir können alle nichts sehen, wahrscheinlich. Haben wir uns alle weg? Warte, ich will nur in die Kiste gucken. Nein. Anstatt der erst mal zum Hanni-Salmhaus fährst und mit den mitfährst, nein, fährt er einfach selber los. Nicht zu bedauern. Da sind sie ja. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir irgendeine Minen sind. Boom. Der tote Typ da oben? Ich sehe keinen mehr. Ja, mach doch immer das Fenster auf und zu. Achso, da. Dann ist er noch nicht tot. Ach, Olli. Der macht das Fenster auf, Hanni. Hast du den BK? Pass auf, das ist C4. Sind die noch irgendwo Minen oder sowas? Oh, Alter. Wer schießt denn da auf mich? Von wo? Irgendeiner schießt hier auf mich? Ich weiß aber nicht von wo. Na, von der Base, ne? Alter, ich gehe da jetzt rein. Das wäre zu dumm. Storm the front. Die brennen ja, die Deadless. Die Tür geht auf. Und so gucken, Olli, ne? Zwischendurch gehen hier die Türen auf und dann kommen die da raus. Mhm. Da kommt wieder einer. Ich sag's noch! Hier oben sind noch zwei Tote. Gut, dass ich hier essen lasse. Ich hab gar nicht gegessen, Alter. Wenn ich denn das Elo, Alter, ist ein Deadless hinter mir. Unfassbar. Das sind aber viele hier, wa? Vorsicht, hier die Tür geht zwischendurch auf, Olli. Dann, äh, hier die, ne? Den haben wir auch zerfetzt. Äh, er beißt da. Alles Dings rein. Ich glaub, wir haben alle, oder? Seht ihr noch jemanden? Nee, nee, nee. Hier unten ist auch noch eine Tür. Welche Tür denn? Es sind drei Türen noch. Zu den Räumen. Siehst du das nicht? In jedem Raum, da ist doch eine Tür. Achso, er schießt und er springt jetzt. Wo, welche? Was? Wo, wie? Geh mal weiter zurück, ey. Du bist ja gerade... Stopp, 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 stopp. Schussreichweite. Jetzt kriegen wir alle Damage, schieben wir alle in die Luft. Falscher Pfeil, Elo, falscher Pfeil. Ja, ja. Keiner drin? Keiner drin. Guck mal, der Lootgeier wieder. Hast du alles genommen? Nee, ich hab nur reingeguckt. Elo, brauchst du davon was? Guck mal rein. Guck mal rein, ob du was brauchst. Jo, alles. Brauchst du da was? Zack, alles weg. Hier, die nächste Tür. Gibt dir Rückendeckung. Wem greift ihr jetzt an? Wer hat denn jetzt geklopft? Nächste Tür für uns. Ja, Olli, mach mal die Tür auf. Hast du Sprengpfeile dabei? Alter. Hätte ich mich gerade erschrocken. Ganz obergeschossen kaputt, Alter. Du sollst nur die Tür aufsprengen, Elo. Nicht den Rest des Hauses. Der ganze Haus ist kaputt. Nur die Tür steht noch. Das ist voll wieder. Das ganze Haus macht er kaputt. Nur die Tür ist noch da. Wie fährt die denn noch? Aua. Äh, du Lümmel. Oh, meine Tasche ist entfallen. Nimm mal den Rest dann nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, Glasscheiben und Revolver-Patronen. Oh, auch nicht schlecht. So, wir müssen noch eine Etage runter, das ist auch noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Waren wir den ganz oben? Da geht doch noch die Turm nach oben oder nicht? Na, da war ich schon gucken, da ist nichts. Okay. Erstmal setzen für ein Foto, bitte. Ja. Olli, komm, du musst auch noch auf die Couch hier. Hallo. Oh, das sind nur zwei Sitzer? Ich dachte, da kann man zu dritt drauf. Dann kommst du halt leider nicht auf das Foto, da musst du dich da vorlegen. Da vorlegen? So. Hier unten ist noch eine Tür, in der untersten Etage. Ich weiß nicht, ob wir die auch noch aufmachen wollen oder ob... Normal sind doch hier drei Türen zu. Die sehe hier muss man. Ja, hier ist noch eine. Hast du noch Molotow-Cocktail, Olli? Ja, ich habe auch noch eine Granate. Ja, schmeiß mal Molotow-Cocktail. Bin mal weg, ne? Wolfi! Wolfi, nein, bleib. Ja. Wolfi, du bist Platz zwei, du musst hierbleiben. Ich kann mal lasst uns drehen laufen. Wolfi, du bist Platz zwei, du musst auch hierbleiben. Ja, ja, ich bin doch da. Wolfi. Weg ist er. Alter, die Hütte kracht zusammen, aber nicht die scheiß Tür. Oh, die ist ja immer noch offen. Wo hast du denn gegengeschossen? Nach oben oder was? Die ist immer noch offen. Nein, die ist zu, Olli. Oh, jetzt. Ja, da war auch nur Glitterkram drin. Da war nur Glitterkram drin. Ja, da kann der Elo jetzt hier das Ding wegjagen und kann sich seine Waffenteile holen. Komm, wir gehen mal in Deckung. Boah, was ist denn hier los? Alter, die ganze Hütte, die scheppert da gleich auseinander. Sehr geil. Olli bringt Fett mit. Ja, das ist ein Knaller, ne? So, Olli, komm mal raus. Lass den Elo mal den BKE-Brescher da montieren. Dann kann er die Hütte wegjagen hier. Ach so, wo ist denn die BKE überhaupt? Ja, direkt hinter meinem Eingang an der Tür. Ach so, okay, ich guck zu. Haben wir denn alles geplündert jetzt? Ja, Türen sind alle offen. Guck mal, so sieht der BKE-Brecher aus, Leute. Der BKE-Verbrecher. Cool, ne? Jetzt müssen wir weg. Geht schon los, Hanni. Nach der ersten Explosion musst du wieder reinlaufen, Olli. Jetzt war Hanni da reingelaufen. Das sieht schon geil aus, ne? Ja, die haben sehr gut gebaut, die BASE. Auch diese Fundamente, die stützen da unten. Vielleicht fliegt da alles weg. Die haben auch irgendwie Tarn-Äh-Tarn-Fundamente. Ja. Jetzt kann er runtergehen unter die BASE. Da liegen ja Kisten. Äh, pass auf, da sind Leute. Zwei sind weg. Ich hol schon mal die Kiste. Ich hol schon mal die Kiste. Ich brenne. Nein, lass die. Hier ist gar keiner. Musst du ja zwei BKE-Brecher am Setzen, oder was? Ist die BKE noch da, Elo? Das weiß ich nicht. Ach, hier ist die Kiste. Guck mal. Da ist doch ein Gegner, Alter. Elo, hier ist die Kiste. Boah, sind da viele Sachen drin, Alter. Olli, äh, Elo, die Kiste ist bei Olli. Hier. Hier drin, wo die BKE war, ist die Kiste eh noch. Der hat sechs Premium-Teile, Hami. Ja, ist doch gut. Hier, nee, fünf hat er. Du hast doch schon reingeguckt. Lass mich mal reingucken. Nix nehmen, Olli, nur gucken, ne? Ja, ich hab da nix genommen. Meine Basen wird angegriffen. Ich muss nach Hause. Sind sie jetzt dir? Wie geil. Kriegst du das überhaupt noch mit, Elo? Ja, hast alles ins Mofa gepackt, ne? Gut gemacht. Habt ihr die Daddys schon gelotet hier? Die liegen ja hier überall rum. Ja, wo ist denn mein Quad jetzt? Also, immer wenn gesprengt wird, dann kommen auch gleich Z-Hate-Dead-Labs von draußen, ne? Aus Hause jetzt, ganz schnell. Komm, wir müssen zu Hanni, die Base verteidigen. Machen sie gleich den BKE-Brecher bei dir ran. Ey, mein Pummelbär steht davor, weißt du? Da ist doch gar keiner. Oh, der greift dich an, Hanni. Ja, Alter! Olli, nerv jetzt nicht. Pass auf, der greift dich an. Ich helfe dir, Hanni. Boah, wie bist du ne Nervensäge, echt? Das ist unfassbar. Oh, da hinten ist einer, da hinten, pass auf. Oh, einer, Alter. Das ist jetzt nicht in denen ihr Ernst, oder? Der läuft weg. Ups, hier ist auch noch einer. Erstmal looten. Da ist noch einer, Hanni. Ja, ich sehe ihn. Guck mal, der haut ab. Ja, komm. Was ist mit dem, Mann? Alter, Alter. Ich erschieße dich doch von hinten, du Schwein. Wie der abgesoffen ist, ey. War da noch einer? Oder den hier drüben hat es, du, ne? Keiner mehr da. Da sind da zwei Luschen hier, ich muss mal ins Wasser. Da hinten liegt noch Lut. Guck mal, der Rucksack schwimmt auf dem Wasser, ey. Oha, dein Herbie ist kaputt, eh, Leute. Muss auch wieder reparieren, ne? Wir haben ja gar nichts gemacht, meine Pace hat angegriffen. Ich glaube, die haben hier nur gehockt und auf mich gewartet. Na, der Scheiß-Kack-Bär hier, Alter, der hat mir auch mal in den Rücken gefallen. Anstatt, dass der die Detlefs angreift, ne? Ey, das ist ein... Du bist ein Arsch. Wieso? Das war mein Bär. Warte, ich kann das geil mitlegen. Die Sachen liegen ja doch noch die Nase. Siehst du die, ne? Gib mir das Fett. Wo ist das Fett? Das Fett. Das muss da liegen. Meine Tast sind der Proppe voll. Das ist nur ein Steg. Ein Steg brauche ich nicht. So. Ach so, da liegt. Wieso sind eigentlich eure ganzen Quatsch hier so im Arsch? Ich habe keinen einzigen Schadenspunkt. Mit 50 Damage. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo die große Base sich neu aufbaut. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Das war ja schon ein Riesending. Haben sie gut gebaut gehabt, ne? Heftig, ey. Ja, das war mein Hausbär Elo, aber der hat die Banditen nicht angegriffen. Der stand davor und hat mich zerfetzt, anstatt die scheiß Banditen abzugreifen. Der hat mehr Schaden gemacht, als die Banditen der Hausbär. Ja, oh, der scheiß. Der scheiß Bär hat mich fast zerfetzt. Ja, ja. Die Banditen kriegen einen Schuss und geht der ins Wasser, haut der ab, ey. Ich habe gedacht, was ist denn mit ihm? Der ist das Tör. Oh, scheiße, der Hausherr ist da. Jetzt müssen wir mal schnell gucken, dass wir hier wegkommen. Kannst du dir das reinziehen, ey. Die haben Schiss von meiner Base, das gibt es ja gar nicht. Der Olli wird immer so fans von denen. Ja. Der Olli wird immer so fanschen.